Hallo meine Lieben, es gibt ein neues Interview von mir online auf dem Kulturblog. Erst einmal einen ganz ganz herzlichen Dank an den Kulturblog, dass ihr mir diese interessanten Fragen gestellt habt und dass ich mitmachen durfte. Es geht unter anderem um das Thema, wie ich mir Theater 2021 vorstelle, wie ich mit der aktuellen Situation mit Corona umgehe, wie ich mich beschäftigt halte und wie es mir so damit geht. Also schaut einfach mal rein. Ich hoffe, es gefällt euch und passt auf euch auf. Ich hoffe, euch geht's über.